Liebe Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu Far Cry 5. Schön, dass ihr entscheidet. Mein Name ist Aldo NLP und wir machen jetzt weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Wo, 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 da kommen Feinde. Der fährt hier einfach platt. Wenn Wind is howling through a tree, there's a shelter from the storm, there's a fire burning Ach, sie ist ja auch da. Sehr nice. Wenn sie mit uns spielen wollen. Ich hab gehört, dass sie immer... Ey, siehst du noch da drin? Siehst du noch da drin? Hallo? Jess ist noch da drin? Und der Typ fährt immer noch weiter. Ach du Scheiße. Okay, da ist sie wieder. Das. Oh man. Ach du Gott. Ja, hier kommen wir. So, was machen wir jetzt? Fangzentrum? Das ist der Weg. Was ist das denn? Chad Wolanski. Okay, gehen wir mal dahin. Okay. Möchtest du das eigentlich sehen? Augen auf die Straße, ich mach den Rest. Okay. Ach du Gott. Ach du Gott. Komm. Jetzt landst du nicht her, oh mein Volk. Jo, fahr mal ran. Ich steig aus. Und warum? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Wer seid ihr denn? Hallo Mister. Hast du die Schüsse? Soldat. Er sucht Leute wie dich. Bist du auch Soldat? Soldat. Und es fehlen nicht nur Menschen. Auch die Wölfe sind weniger geworden. Tja. Unterwegs. In da. Na egal, wir gehen mal zu unserem Ziel. Tja. Okay. Alles klar. Weiter geht's. Der Grillstreak. Rot entdeckt. Neuer Charakter entdeckt. Wer bist du denn, hallo? Wat? Was lauert dir denn, ey? Land des guten Geschmacks. Ne, Mission. Alter, wie der redet. Plattenkessel von. Ohne Jacob wüsste ich nicht, was ich anstellen würde. Wahrscheinlich irgendwas anderes töten als Peggy's. Okay. Oops. Ich hab mir den Arsch verloren. Ich hab mir den Arsch verloren. So. Das machen wir jetzt. Fleisch von überfahrenen, geweihtragenden Tieren. Hm. Hm. Befahre Tiere mit Geweih und bringe den Rootkill zu Chad. Chad. Damit er die Nahrungsvorräte der White Tails auffüllen kann. Okay. Komm Jess. Check ein. Gib Gas. All diese Prepper, die so tun, als wüssten sie alles. Ich kann mich auch um meinen eigenen Kram kümmern und muss mich die ganze Zeit damit angeben. Diese Sektenmusik ist schlimmer als christliche Rockmusik. Oder ist es dasselbe? Egal. Alles Mist. Lass mich einfach hier raus. Lass mich einfach hier raus. Krische B Kirsche. Da ist wenig dran, was man nicht essen kann. Ziehen wir's durch. Let the water wash and lay your sins Und das ist mein besoffener Alter. Ups Da Oh Das habe ich nicht in Ordnung wieder abgeht ist bestimmt zeitverschwendung oh shit Bleib mal locker. Nisch abhauen. Was macht der denn da? Oh shit. Mhm. Oh man, der ist auch tot. Schöne Treffer. Ich hab genau seinen Arsch getroffen, hallo? Oh. Das sieht man heutzutage nicht aus. Ah, guck mal da oben ist auch ein Gegner. Da bist du ja! Hilft mir doch wer! Feuer! Feuer! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Stellungswechsel. Scheiße. 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 Hilfe! 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 Du machst keine halben Sachen. Geben. Schöne! Schöne! Angehörgarten! Oh scheiße, oh scheiße. Oh man, wo bin ich jetzt? Ja, sehr schön. Ich bin vielleicht süchtig danach fängig zu töten, aber immerhin nehme ich keine Drogen. Oh. Oh. Das war's für heute. So. Scheiße. 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 Boah, da ist was explodiert. Scheiße. Das geht hin da ab. Ich rücke fort. Ja. 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 Das ist nicht schlecht. Schnells. Gessau, Gessau! Okay. 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 Die Hände? Schmeckt besser als Hirsch. Die Leute die sie schnappen werden schlimmer als Tiere im Schlachthaus behandelt. Ist bestimmt Zeitverschwendung. Ach du Scheiße. Und zack. Vorteilsheft. Vorteilspunkte halten. Ja nice. Ich brauche noch mehr. Ich brauche noch mehr. So. Fleisch von überfahren, geweihtragenden Tieren. Muss ich die mit Auto überfahren, oder was? Verstehe ich nicht. Boah! Krass! Bah! Ja! Was ist das? Ist das ein Wolf? Ich befeuere Tier mit Geweih und bringe den Worldkill zu Jet. Okay. Okay. Was ist das? 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 Oh ja! Wir haben die Hände geholfen, aber das können sie nicht machen! Was ist das? Was ist das? Oh ja! Oh ja! Was ist das? Oh ja! Oh ja! lieber freund ich würde sagen wie man jetzt mit dieser folge schluss und in der nächsten folge geht es natürlich schön dass er da war und bis zum nächsten mal